Willkommen zu Monis magischer Adventszeit und Türchen Nummer 18. Ich stehe hier auf der Main Street und ist euch jemals der Baddance Haircut aufgefallen? Tatsächlich ein richtiger Friseur hier im Disneyland Paris auf der Main Street. Ihr könnt euch hier die Haare schneiden lassen, euren Bad kürzen, trimmen, was auch immer. Und ganz, ganz viele Menschen lassen tatsächlich den ersten Haarschnitt ihrer Kinder hier machen. Die Öffnungszeiten findet ihr auch an dieser Tür. Und hier findet ihr die Preise. hier findet ihr auch vier. Sie sind schnell, es sind schon v contributing, endlich ein Konkakso аемst du nicht oder wie der Kurs in der cleansften Kurs真的 Untertitelung des ZDF, 2020